Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie wir den Kometen Neo-Vise zum Stellarium-Programm hinzufügen können. Wenn wir einfach mal ins Stellarium gucken und uns hier umsehen, dann sollte ja eventuell auffallen, dass man auch den Nachtimmel schauen kann. Und wenn man direkt bestimmte Objekte schon suchen möchte, dann gibt es hier an dieser Seite immer diese Suchfunktion. Ich gehe also hier, wenn das Programm geöffnet ist, an die Seite, klicke auf dieses Zeichen für Search Window und könnte jetzt im Grunde das Objekt suchen, auf das ich fokussieren möchte, also das ich anpeilen möchte. Wenn ich Neo-Vise dann eingebe, dann habe ich fast das Objekt, was ich hier haben will. Das Eis war jetzt auch, was hier angezeigt wird. Allerdings ist das hier C2016U1 und wir wollen ja C2020F3. Und wenn wir jetzt versuchen würden, C2020 einzugeben, dann findet er schon mal gar nichts. Also das zeigt, dass die Datenbank in der Frage nicht ganz aktuell ist von Stellarium, vor allen Dingen die mitgeliefert wird. Aber das ist auch wenig verwunderlich, wenn, oder vor allen Dingen da, dieser Komet ja erst vor einigen Monaten gefunden wurde. Was das Gute hier dran ist, ist, dass wir diese Daten nachladen können und das zeige ich jetzt in diesem Video. So, ja im Grunde, wenn wir im Stellarium-Programm sind, können wir problemlos zum Import neuer solcher Daten hier in das Configuration Window gehen. Das ist also genau in der gleichen Leiste einfach aufgeklickt und da haben wir unter dem Punkt Plugins das Plugin Solar System Editor. Das ist nach der Installation standardmäßig mal aktiviert und installiert. Und hier können wir bei diesem Plugin auf Configure gehen. So, dann öffnet sich hier, das kann ich jetzt mal zumachen, dieses Fenster. Und hier können wir mal gleich auf Solar System klicken. Und dann eigentlich nur ganz einfach hier Add New meine Solar System Objects. So, bei Import Data wählen wir in diesem Dialog ganz einfach beim Type Comets aus. Und bei der Source gibt es sogar schon voreingestellte Quellen. Und dann nehmen wir hier Gideon von Butanance Comets und dann wird automatisch diese URL eingestellt aus den Favoriten entsprechend. Mit Get Orbital Objects wird das Ganze runtergeladen. Und jetzt können wir uns auswählen, welche Kometen wir importieren möchten. Man könnte jetzt alle importieren, aber wir wollen uns mal auf C2020 F3 beschränken. Neowiesen. Ja, mit einem Klick ganz einfach hier rauf können wir das Objekt jetzt so anwählen, dass es jetzt importiert wird. Klicken auf Add Objects und haben das eigentlich im Grunde schon getan. Ja, und wenn wir uns jetzt quasi auf die Suche begeben, dann sollte es so sein, dass hier unter 2020, wenn wir jetzt nochmal aufrufen, genau, wir haben jetzt geändert, wurde nochmal neu gesucht. Also eventuell, wenn hier jetzt noch nicht sichtbar ist, einfach mal ein Zeichen entfernen und dann sehen wir das entsprechende Objekt. Und können uns ja jetzt hier quasi fokussiert mit Enter drauf, ja, es anpeilen, darauf fokussieren im Grunde. Und jetzt können wir im Grunde alles das machen, was wir sowieso schon gerne sehen wollen. Hier sehen wir im Grunde, wenn wir ranzoomen, das entsprechende Objekt, den Kometen. Und jetzt ist natürlich die interessante Funktion, jetzt haben wir den hier angepeilt. Ich kann jetzt hier auch so ein bisschen, ja, die Position verändern. Es ist zwar immer noch markiert, aber entsprechend nicht angepeilt. Und wenn ich jetzt wieder anpeilen will, dann drücke ich im Grunde einfach auf die Leertaste. Und dann verfolgt entsprechend Stellarium auch das Objekt. Denn wenn ich jetzt hier unten auf diesem Icon da, wenn wir jetzt unten schauen, auf dieses Vorspulen drücke, dann kann ich im Grunde die Position mir angucken, wenn die Zeit weiterläuft. Und genau das ist ja wichtig, wenn man sehen will, wann man den Kometen beobachten kann. Weil, und wir spulen jetzt mal vor, als würden wir hier schon den Abend haben, sagen wir mal 23 Uhr. Ja, und dann können wir direkt im Grunde den Kometen beobachten. Hier auch sogar wunderschön angezeigt mit meinem Schweif. Und quasi dann schon vorausplanen, wenn man sich heute Abend insbesondere bei den guten Sommerabenden nach draußen stellen kann und entsprechend, ja, das eigene Auge mal auf den Kometen richten kann. Weil, und das ist eben das Besondere, dieser Komet sogar mit bloßem Auge sichtbar ist. Und das ist eine Sache, die hat man doch nicht jeden Abend. Damit verabschiede ich mich, hoffe, dass dieser Tipp euch geholfen hat. Und würde euch sehr herzlich auf meinen Blog verweisen, auf dem ihr weitere Informationen zu Neovisa, den Hintergrundinformationen und Stellarium und alternativen Tools finden könnt. Ciao!